so hallo herzlich willkommen in der zweiten runde auftakt zur zweiten runde ist jetzt hier mitten ending alter muss schon wieder gutmachung leisten alter hat verloren das erste spiel gegen die austria hinsburg ein unentschieden schön ja diesmal spielt er neu hier im ball war so er war so er vergessen gehabt 4 teuerster transfer in der liga da war doch nicht teurer ist der austrianer und sei ja 4 teuerster transfer also tschuldigung ich habe verstanden teuerster tschuldigung 4 teuerster 90 90 glaube ich war das meint sich trocken er mehr machen wir dann doch nicht wird aber das mit geboten ich habe jetzt noch was du die die attacke das gedrückt gehabt aber sie bedrängen was man sich auch gleich gleichzeitig schuss ist ja ausgebildene partie schick ja genauer schicke jetzt fieselt es wieder na das gibt es gott sei dank gott sei dank kann rot geben kann rot geben kann rot geben raus war das letzte ich glaube das war auch von hinten nicht nur letzter ja manuel schreiner verlässt das feld das ist aber eh eigentlich ein guter schnitt von uns das dritte spiel ist das jetzt na das vierte oder und er hat den ersten platz verweis erst zweiten hat mir daran gehabt gleich im ersten spiel in der liege jetzt hast du doch nur zwei gelbe kriegt oder na und an die rote ja genau stimmt schon fast gegen ende ja das ist der neue look ender bist du das gibt es ja nicht auf nutz schade dass du nicht durch zungert was hast du gegen ihn geschossen also das ist aber jetzt hart oder das ist hart das gewicht zu aber das vielleicht letzter mann nein das war glaube ich nicht immer letzter da hinten rein der einer das war keine ahnung was das war auf was das ausgeglichen war geschossen naja sie haben gesagt sie machen die vieres mit vier entscheidungen naja das ist heftig jetzt 39 minuten zwei rote karten die fünf hallo hallo Eler! Denic gar nicht mehr im Feld. Oder? Habe ich den noch nicht gesehen bis jetzt. Ist er jetzt unauffällig? Nee, das ist jetzt die Aufstellung, die eigentlich im ersten Spiel schon gemacht hätte werden sollen. Und kein Denic dabei. Genau. Das habe ich jetzt mit gedacht. Ja, war die einzige Variante gewesen noch. Ja. Ich habe auch gedacht, dass er wahrscheinlich, wenn er nicht fest genug kommt. Oh, shit. Nein! Das war das Wesen. Das war 2-0 und 2-0. Rote. Ja. Eler Ausgleich. Ach, scheiße. Das macht es mir nicht schwierig. Ja, ich wollte dich ihm jetzt rausnehmen und D-D-Schrein geben. Ja, so viel hat er nicht gezeigt. Wieso fasst du jetzt? Ich, eine Aktion jetzt. Und zwar rote. Ja, also hat er was gezeigt. Ja. Scheiße. Das ist sehr ehrlich. Also, geht das jetzt fein. Ja, Alter. Das erstes Heimatch. Das sieht nicht so gut aus. Na ja, noch haben sie einen Punkt. Das darf man ja auch nicht aus der Hand lassen. Ja. Das gibt es ja echt nicht, Alter. Linhardt auf Bellarabi. Alter, der war ja rein Knudel, Alter. Der war richtig rein Knudel. Oh. Oh, ja, da. Alter. Oh, in den Rücken. Ja, wichtig. Ja. Lass den. Lass den, ja. Ja, wir haben einen Koli. Scheiße. Yes. Soll es vom Depper drehen. Genau. Aber der war auch schön platziert. Ja. Aber der war auch schön platziert. Ja. Was? Ja, habe ich mir auch fast gedacht, dass der fast reingeköpfelt. What? Der wollte ihn raus gerne und dann reingeköpfelt dann oben. Ich habe auch andere gemacht. Ja. Tronte. Ja. 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 ja aber das rechte muss positiv sind zwar rote steht zwar zwar wir müssen uns jetzt mehr in die defensive konzentrieren jetzt geht es mit einem eifel weiter oh Oh schon. Vorne keine Leute mehr. 20 Minuten müssen die Altdacher das halten. Um sich den ersten Punkt in der Liga zu entführen. Oh. Oh schön. Schön, Augustin. Konter Milchkatz. Oh, der kommt schon von hinten. Und der ist schön vorbei gesprungen. Alter, mit dem Kopf tu das weg. Statt dass er die Wucht aussehen hat. Das Depp da. Oh Gott sei Dank zählt das nicht. Das war hier aus dem Dorf vorbei. Nein, aber da ist ein Fall da hinten. Achso. Hab ich gar nicht gesehen. Genau, nach Wecker. Zehn Minuten nach. Oh Mann, Wecker. Nein! Oh. Ich bin tot. Fein ist kein Elfmeter. Ich bin tot. Ja. Er bewegt die Schiege nur. Oh mein Gott. Luis geht mit nirgendwann mach ab. Scheiße. Das ist genau so eine Szene. Warum wegen sowas? Das war wohl schon. Ey, aber das kannst du jetzt verhauen. Das gute Defensive. Na gut, Kerstbaum. Wo geht er hin? Wo will er? Wo will er hingehen? Nein! Geht schon, Augustin. Gib Gas, du bist fit. Da läuft die Uhr. Augustin. Der ist fit. Hol den Ekber raus. Das war ein super Punkt. Ja, drei Minuten noch. Das war mit der Schusstaste, oder? Das war mit der Schusstaste, oder? Oh, Tollberg. Nein! Nein! ein die hälfte alles gut da habe ich jetzt aber angst gehabt oder bei dem fischer für den fischer für schuss oder der schon sehr weit nach außen kommen und es hat die jetzt hier ist wieder und verdient aber hier ist halten zwei rote karten alter zweite niederlage hat schon passt na gut auf geht's was hier passiert ist genau heute wird sein scheiße bitte nicht drücken ich habe jetzt drückt schon wieder in diesem führer bin ich da noch ach das ist ärgerlich was ja aber es ist auch irgendwie verdient weil zwei rote karten die habe ich noch eingesehen weil die zweite war hart der war schön genommen ja ja der war schön ja 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 Das habe ich nicht gesehen in der Hitze zu Gefecht. So, hier sehen wir das Innsbruck gegen Altdach 3 zu 2. Der Altdach-Trainer beißt sich in den Hintern. Ja, ein bisschen schon. Er erinnert mich ein bisschen, ja. Na ja, schon. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Macht's gut und ciao. Macht's gut. Ciao.